ich habe kein Leben ich bin so tot, ich bin so tot, doch einmal schlagen und ich bin tot Moje, hier ist der Martin, guten Tag Hallo Martin, Martin Na Cordula, weißt du neulich wieder auf der Reeperbahn? Boah Cordula und Martin sind ja nicht jetzt aber stark an die Schillerstraße, du Echt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, Cordula war nur der erste Spack und da, der mir einfiel Nein, alle Cordula sind bestimmt tolle Menschen Alle Martins auch Gut, jetzt gehen wir auf die eingesagte Hüllentour Ja, es ist jetzt hier alles Also, wir haben zwei Optionen, da hinten, hier am Horizont, siehst du, da vor den, so da wo ich guck Da, da gibt es ne Schlucht, die ganz tief ist, mit vielen, also auch mit verschiedenen Ebenen oder halt da hinten, wo wir letzte Folge waren Ja, wenn wir da letzte Folge waren, gehen wir da jetzt nicht hin Ja gut, dann können wir zu der noch da hinten gehen Ja Aber wir sollten, wir sollten schon mal ein paar Fackeln hier positionieren, damit wir wissen, aha, da geht's dahin, im Dunkeln ist das gar nicht mal so blöd Ah Wenigstens so grob Ja, das ist auch gar kein weiter Weg Das ist schon da hinten Aber ich renne nicht, damit ich nicht so viel Hunger verliere Ja, das ist klug K-L-U-K Klug, ja, genau Hier ist auch der schöne See Äh, wo bist denn du, schöner See? Äh, wo bist denn du? Ich bin einfach gerade... Ach da, ich hab dich gesehen, ja, ich bin hier Ich bin hier Fackeln am Aufstellen, damit wir zurückfinden Weißt du, wie Brotkrum damals bei Hänsel und Quetel Wir sind das Haus von hier Ja, da bin ich mir bei uns nicht sicher, du Hä? So, ein paar Fackeln hier oben drauf, dann sieht man die, was? Okay, hier ist der schöne See Also, der ist so ein Teich, so ein kleiner, den find ich voll cool Boah, der sieht echt gut aus Und direkt hier ist die Schlucht, da können wir auch direkt schon Eisen mitnehmen, ne? Sexy, äh, ah ja, geil, da spring ich direkt mal Ich dachte, das wär Wasser, na egal Egal Tja, ha, 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 ha Das ist so doof Das sah aus wie Wasser, das war so blau Das ist auch der Blue Schist Was heißt denn der auf Deutsch? Ähm, ähm, Blauschief heißt das Ah, Schiefer So, Eisen direkt mal eingesteckt Boah, ich hab grad schon den ersten Zombie gehört, ne? Dann krieg ich direkt Panik, ich muss mir ein Kreuz, äh, Kreuz craften Oh nein! Ein Schwert Ich brauch ein Schwert Alles ein Skelett, das schießt hier raus, pass mal auf Boah Das ist arschlich Willst du mal die Workbench aufstellen und mir das Eisen geben? Ah, ich kann dir das Eisen geben Erstmal Ah, du brauchst eh, oh, ist mal mein Rucksack Das Eisen hab ich noch hier Äh Oh, ich hör auch Zombie Vier, ja, das reicht, ja Ja, schnell die Workbench Ja, du hast dich genau da hingestellt, wo ich die grad platzieren wollte Das ist Stil, das muss so sein Ah, jetzt hab ich natürlich Da unten war ich drin oder ist da einfach nur Lava, weil's verleuchtet? Hier, ich war hier eigentlich schon nicht drin, das muss Lava sein Ich wollt grad sagen, ich war da auch noch nicht, also Ich war bis jetzt nur hier oben immer Und bin noch nie runtergegangen, weil ich dachte, das legen wir uns auf für eine Höhlen tue Jaaah, gut Gut Einfach mal die Kugel mit Oh, ich will hier ein zählen Oh, meh Äh, willst du die Ah, jetzt hab ich's nicht schon mitgenommen, okay Boah, wie viel Kohle hier ist Ja Geil Okay, geh mir jetzt hier in die Höhle rein direkt, hier runter Äh, von mir aus? Oder da, wo grad der Zombie rauskam? Skelett, meinst du? Oder, Skelett, ja, ja Willst du dich dem Skelett stellen? Boah, ja, komm, jetzt eins gegen eins, wie auf dem Aldi-Parkplatz damals Da geht's aber auch ein bisschen rund Ja, das kriegen wir schon hin, Warte Ich mach hier an die Wand mal, damit wir wissen, dass man hier wieder in die Richtung kommt So Okay Wo ist er hier? Eins gegen eins, one on one Komm, hol die ganze Gang, Junge, hol die Gang Was, was? Boah, du musst aufpassen, dass ich dich nicht kaputt haue, ey Oh, stimmt, du musst ja aufpassen Boah, ich bin gleich tot, hier ist noch so ein scheiß Spacko Hier ist noch ein Skelett, hier ist noch ein Skelett Boah, ich hab... Oh, auf der anderen Seite ist auch noch ein Skelett Ich bin aber... Oh, da sind zwei Zombies Ai, 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 ai Guck mal, wir haben uns voll übernommen Die Zombies sind nicht das Problem, ich find die Skelette viel schlimmer Ja, die Skelette sind noch viel schlimmer Da hinten ist noch eins ums Eck gewesen, wo das eine herkam Boah, jetzt muss ich erstmal wieder ein Steak essen, hier Ja, wir sollten erstmal hier ausleuchten Hier ist noch Eisen Da ist noch ein Zombie beim Eisen Ah, da ist Wasser Da kommt noch ein Zombie runter, was ist denn da oben? Boah, ähm, sicher, dass du das nicht auf hart gestellt hast? Ja Ah, ich glaub aber bei Life in the Woods sind generell ein paar mehr Viecher Ja, aber wir sollten, glaub ich, noch keine Werwölfe und so ein Kram haben, weil Dermot ist nicht drin Werwölfe? Sowas gibt's Ja, aber das ist nicht drin Ja, gut Andy ist noch dabei Andy? Andy der Enderman Achso, der, achso, ja, okay Ah, der schreit, ah, der schreit, ah Hilfe, ich hab kein Leben, Hilfe, ich bin so tot Ich bin so tot, noch einmal schlagen und ich bin tot Wer ist er denn? Jetzt muss ich hier einen auch Verteidiger machen, weißt du? Boah, ich hatte noch so ein Viertelherz, ey Mann, ey Supergut, ey Ich soll jetzt nicht meine Steaks erstmal machen, dann öle ich mich schnell ein Boah, krass, wie sein der Bildschirm zoomt, ne, wenn du absterben bist irgendwie Ja, da kriegst du schon Panik Hm So, ich hab jetzt so viel Eisen hier, ich glaub ich kann bald eine Rüstung machen Zu dunkel, wir sollten schlafen, ne? Ja, willst du hier hochkommen? Hier ist, äh, ein schönes Plätzchen Ja, ich glaub ich bin hier allein Hier ist sogar Wasser, da hinten Ja, da oben kam die raus, äh, da sind wir da, wo ich unten langgegangen bin, ne? Achso, cool Die haben wir gekämpft, haha Ich hab nämlich grad das Eisen abgebaut, dann ist er mit mir in die Grube gekommen, weißt du? Mhm Da kam sie irgendwie raus Ah, ich seh da hinten auch noch ein Zombie, da auf der anderen Seite Ah, ich hab keinen Timer gestellt, ne? Ich bin, geil, ey Oh, ein Creeper, ein Creeper Oh, oh Gegenüber, der ist weit genug weg Oh, weit genug nennst du das, ist das sein Ja, klar, wir sind noch nicht zuhause Okay, sollen wir mal gucken, ob wir schlafen können hier? Ja, ich glaub dir geht's nicht Obwohl bei Life in the Woods, ähm, kannst du schlafen? Nee 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 Monster ist dabei Oh, und die Monster bewegen sich trotzdem weiter, ne? Okay Wäre schlecht Das ist nicht geil Nein, oh, das ist ein Skelett mit nem magischen Bogen Boah, den wir dich haben, den Bogen Fickst du den, wenn du den bekämpfst? Ja, manchmal lassen die erst droppen Auch Rüstung und so Oh, das ist auch so ein A Boah Boah Okay, ich geh hier erstmal grad ausleuchten Genau Boah, woher ist er denn? Ahhhh Boah, mit deiner fetten Rüstung da Der Pimmel, ey Stimmt mit denen nicht Oh, hier sind zwei 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 Zwei, zwei Hier sind zwei, zwei Ah, krass Gut, gut Da unten ist ein Creeper da, würde ich jetzt nicht sagen Oh, doch, wo? Na, da unten Ach, da Und Eisen Oh, schwarzer Granit Oh, das sieht ja fett aus Ja, der sieht echt ganz cool aus Eigentlich könnt mir doch mal was nehmen Boah, wir sollten da echt mal runter Wir sollten da echt mal runter Ich baue hier mal ein bisschen ab Dann gehen wir da runter Okay Und den Creeper Ja, den machen wir auch klar Ja Dann kriegen wir, äh, Cobblestone da draus, ne? Ähm Keine Ahnung Auf jeden Fall sieht der ziemlich cool aus Ja Neh mal ein bisschen was mit Dann haben wir was für den Draw Das blöde ist ja, der ist jetzt echt Ich hab nen Bogen, warte mal Oh, der ist ein Bogen Ja, der ist zwar schon ziemlich abgeranzt, aber Äh, die Pfeile benutze ich automatisch, ne? Ja Ja Wenn ich dem, okay Bei dem Creeper volles Gesicht Bam Nochmal Bam Jetzt hab ich keine Pfeile mehr Oh Okay, wie viel Leben hat, was ich viel Leben hatte Seh ich nicht so Ich, ich bin jetzt Todesmutig, pass auf Gott, der explodiert, oh? Man muss ihn zweimal treffen mit Eisen Tod! Ja, aber ich hab ja schon zwei Pfeile reingehauen Deshalb dachte ich mir, passt das Oh, Tiet hat ihr das Eisen, ne? Ja, hab ich gesehen Ich will nur ein bisschen Licht ins Dunkel bringen Okay, dann bauen wir hier grad schon unseren Weg ein bisschen nach oben Boah, hier sieht's mega fett aus Ist das Wasser oder geht's da soweit runter? Nein Boah, guck dir das mal! Alter Boah, mit der Lava da hinten, das ist richtig nice Oh, krass Warte mal Ja, geil Ich hab Angst, dass du uns hier was runterschubst Wenn das mal keine fette Höhlenerkundung ist, so Ich hab ja schon wieder ein Zombie, ne? Ja Aber immerhin sind wir ja nicht alleine Das worum ich mich ein bisschen Es hat auf jeden Fall funktioniert, das ist gut Weil hier ist auch schon viel Eisen Ich hätt' ja gern mal ein Diamant oder so Ja, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen zu fahren, ne? Hm Ja, wo bist du? Hinter dir Ah, ich dachte grad Ja, wie kommen wir hier jetzt am coolsten runter, ist die Frage, ne? Ich würd halt echt mal, ich glaub ich baue mal grad zur anderen Seite rüber und dann guck ich mal was da so geht hier Hier ging's theoretisch runter Boah, ich hoffe ich werd jetzt nicht hier runter geschossen Ich glaub's auch Wechsel... Ich wüsste mir grad mal die Erde aus und mach hier die ganze Scheiße Ich hab zwei Pfeile Oh cool Kann ich dir geben Ja Ja, mach das So Äh... Hab ich dirt? Die Axt brauch ich hier grad nicht Okay, ich schmeiß dir die jetzt Oh, die ist mir mehr gefallen Ich hab mich nicht getraut, so weit zu schmeißen So, jetzt haben wir hier schon mal einen Weg, können wir hier mal ein bisschen Licht machen Ah, cool Boah, mal gucken, lass mich mal hier durch Da unten seh ich... Boah Was denn? Ne, ich dachte ich hab dich grad runter geschossen, aber... Boah Boah bin ich echt hier gelandet, boah war das... das war so knapp Boah... Da unten ist ein Zombie Boah... Boah... Ich glaube der Zombie ist bisher das Schlimmste, wir müssen echt auslöchten, ich seh... Boah... Die Zombies finde ich echt noch entspannt Ja Aber die sind so laut manchmal, ne? Ja, das richtig ätzend Als ob die sie so ins Ohr spülen, weißt du Oh mein Gott, ich bin bei einem Skelett gelandet Boah... 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 Wo hängst denn du? Ach da... Ich kann das mit... mit... mit Pfeil und Pfeil... Oh du hast... Nein... Wie kann ich das Ziehen abbrechen, weißt du das? Nein... Scheiße... Ach so, ich sammel den wieder auf, okay... Warum ist hier so dunkel, dieser Black Granit, ne? Der ist hart, echt... Der ist so dunkel und hier geht's relativ weit rein... Oh ja, hier geht's so weit rein, ich bin hier gar nicht so weit rein... Boah... Ich bin hier gerade am gucken, da ich mal irgendwie... Ah, ich glaube ich bin unten... Oh Gott sei Dank... Echt? Wow, da hab ich mich voll angestellt, so tief ist das gar nicht hier hinten... Ne? Ne... Sieht aber so tief aus... Ja... Ne... Also ja, sieht's aus, aber ne... Oh 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 oh... Nein, zwei Freunde, zwei Freunde... Okay, Vollgas, voll aus dem Maul... Und ein Creeper... Oh nein... Oh nein... Oh 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 oh... Oh oh oh... Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh 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 oh... Der brennt! Boah... Scheiße... Der brennt... Boah... Puh... Aber der hat seine Freundin wenigstens mitten in den Tod gerissen, ey... Seh mal gucken, wie ich hier runter... Oh hier ist noch so ein Drecksbogen, Schütze, da kriege ich ja Herpes am Arsch, ey... Oh... Hast du den nicht schon? Ja... 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 Oh, ich brauch hier mal ne Treppe nach unten, ne? Ja... Ja... Ich war ja quasi gerade unten... Hier rechts kannst du runter... Ja... Wenn du hier rechts gehst, bist du unten... Da ist nichts mehr... So... Oh hier geht's noch... Ah, da ist der Zombie... Ja, ich muss warten bis mein Leben wieder halbwegs am Start ist... Oh, jetzt kommt da mal... Bist du voller Pfeile... Hahaha... Ist das noch ein Zombie? Spinnchen? Boah... Hier ist wieder viel Eis... Boah, geil... Cool, dass wir so viel Eisen hier finden... Ja... Boah, richtig viel Eisen... Oh hier ist es wieder so hoch... Boah, was ist das denn? Ah, das ist ein Schalk... Boah... Kreide... Hahaha... Das sah so... Aua... Aua, da ist ein Skelett... Aua, aua, aua... Boah, hier haben wir echt noch... Einiges zu erforschen... Leck mich ja Maraschel... Ihr Skelett ist tot... Lass mal Eisen mitnehmen... Boah, ich hoff... Hier finden wir jetzt... Oh mein, ich bin so schlimm, ne? Hier ist ein Skelett... Oh mein Gott, ich bin schon wieder tot... Ich bin schon wieder tot... Oh nein, oh nein... Wo hängst denn du wieder rum? Ich bin tot... Ich war am Anfang... Du wurdest echt erschossen... Ich war am Anfang... Oh nein... Jetzt krieg ich auch hier wieder Pfeile ab... Scheiße... Alter, wo bin ich denn respawned? Äh, da wo du das letzte Mal gepennt hast, oder? Nein, ich bin da gespawnt... Ach, das Bett ist abgebaut... Ja... Ich bin ganz an meinem Anfangspunkt, wo ich zum allerersten Mal zu die Welt getreten habe gespawnt... Oha... Dann würde ich sagen... Wir machen jetzt sowieso... Die Folge müsste jetzt so langsam... Keine Ahnung... Kann auch ein bisschen kürzer sein jetzt... Ja... Aber dann kannst du der Zeit hier hinlaufen... Ja... Das wäre gut... Also... Ihr seht... Es geht jetzt so langsam ein bisschen ab, ne? Der erste Tod ist zu verzeichnen... Zumindest der erste feindliche... Ja... Ne... Achso... Ja, ich hab ja schon gut vorgelegt mit den Toden... Ja, genau... Oha... 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 Verprügel die... Oh, warte mal... Lass den Garten anspielen... Verprügel die Schweine... Haha... So... Okay... Ja, ich warte hier auf dich... Ähm... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder... Kann sein, dass sie jetzt ein bisschen kürzer ist... Aber... Na... Ist halt so... Ja... Kann ja nicht jeder dann brechen, dass du stirbst... Oh... Ey, es gibt jetzt gleich die Koordinaten mal... Ja... Also... Haut rein!